Liebe Zuschauer, liebe Millionäre, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Deluxe. So, und jetzt könnte vielleicht Ihr Traum von einer Yacht wahr werden. Fangen wir mal von vorne an. Auch Millionäre haben ja so ihre Sorgen, denn es ist gar nicht so einfach, überhaupt Besitzer einer Luxus-Yacht zu werden, abgesehen von der Kohle, die man zahlen muss für so ein Schiffchen, muss man sich nämlich auch noch um den Liegeplatz kümmern und braucht Leute, die die Yacht überall auf der Welt betreuen. Ja, und dann kommt noch dazu, dass viele Schiffe nur wenige Wochen im Jahr überhaupt genutzt werden. Das Ganze kann dann schnell ins Minus gehen und deshalb haben clevere Leute jetzt das Yacht-Sharing ins Leben gerufen. Den normalen Concierge im Hotel, den kennt man. Das ist der nette Mann am Eingang, der sich um alles kümmert. In diesem Fall die nette Dame. Marta Andragi ist das Aushängeschild einer Fünf-Sterne-Luxusbleibe in Budapest und erfüllt täglich die Wünsche der High Society. Uns hat sie mal mit hinter die Kulissen genommen und zeigt Ihnen jetzt, welche Herausforderungen ihr da tagtäglich so begegnen, beim Wunsch erfüllen. Gerald Hörhahn trägt Jeans, Nieten, Lederjacken und Festival-Armbänder. Es gibt aber eine Sache, die ihn von einem Profimusiker unterscheidet. Sein Kontostand. Der Wiener ist Multimillionär, hat sein Vermögen mit Finanzen und Immobilien gemacht und man nennt ihn ganz liebevoll den Investment-Punk. Und jetzt wird's lecker hier bei Deluxe. 400 verschiedene Käsearten, über 1200 Weine und 88 Brot- und Brötchensorten. Das alles und noch viel mehr finden Sie beim Wocheneinkauf in der 7000 Quadratmeter großen Feinkostabteilung des KDW. Ein großer Teil davon wird sogar vor Ort selber produziert. In der hauseigenen Bäckerei, der Patisserie und in der Küche. Wie im Berliner Luxuskaufhaus gewerkelt wird, damit die Kunden zufrieden sind. Wir waren einen Tag lang für Sie dabei. Wer ist gleich mehr dazu hier bei Deluxe? Ich freue mich auf Sie. Willkommen zurück hier bei Deluxe. Wenn Ihnen im Urlaub demnächst ein Hai entgegenkommt, müssen Sie in diesem Fall nicht ausrasten und können ganz ruhig bleiben. Denn bei uns geht es jetzt um den Sea Breacher. Was hinter dem neuen Jet-Ski-U-Boot steckt und ob das vielleicht auch was für Sie ist. Schauen Sie mal. Luxuswellen, die gibt's in Miami Beach, wirklich wie Sand am Meer. Kein Wunder, dass da auch öfter mal ein richtig teures Anwesen leer steht, weil eben nicht genügend potenzielle Mieter zu finden sind. In der Tat ein echtes Luxusproblem, bei dem ein Deutscher helfen kann. Christian Jagoczynski ist Herr über einen ganzen Katalog von Megavillen, die bei den Superreichen in der ganzen Welt sehr beliebt sind. Einen Haken hat das Ganze allerdings. In diesen exklusiven Katalog muss man erst mal reinkommen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Das war's von Deluxe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Mal mit Ihnen hoffentlich. Also bis dahin, machen Sie's gut. Tschüss.